Thales gilt als erster Philosoph und Begründer der Naturphilosophie. Er führte die Geschehnisse auf der Welt nicht mythologisch auf das Wirken von Göttern zurück, sondern auf natürliche Prozesse. Die Erde ist eine Scheibe und schwimmt auf dem Wasser wie ein Stück Holz. Hoher Wellengang auf dem Ozean erzeugt demnach die Erdbeben und nicht etwa die Strafe Poseidons. Das Wasser ist für Thales der Ursprung und der Urstoff aller Dinge. Alles kommt aus dem Wasser. Aber er hat auch einen zweiten Satz formuliert. Alles ist voll von Göttern. Die Götter, wie Thales sie sieht, wirken jedoch nicht auf mythologische Art, sondern ihre göttlichen Qualitäten des Lebens, der Beseelung und des Geistes sind in den Stoff, in die Materie hineingegeben. So sind das Göttliche und das Materielle nur zwei Aspekte derselben Sache. Das zeigt unser Modell. Wir stellen einen Spiegelzylinder auf die Wasserfläche, der uns diesen göttlichen Aspekt zeigt. Was auf den ersten Blick wie Wellen und Wasserschlieren aussah, empuppt sich im Spiegelzylinder als Götterdarstellung in Menschen- oder Tierform. Thales von Millet, der etwa von 624 bis 546 vor Christi lebte, war zugleich Kaufmann, Staatsmann, Ingenieur, Mathematiker und Astronom. Er war mit babylonischer Wissenschaft vertraut und konnte unter anderem die totale Sonnenfinsternis von 585 voraussagen.